Oh, der verfolgt meinen Tax-Collector. Ja, ich würde aber so gerne noch wissen, was so in den anderen Gebieten vor sich geht. Wenn ihr also weiter erkunden würdet, wäre das nicht schlecht, vor allem bevor der Drache wieder zurückkommt. Ich weiß halt nicht, wann er wieder zurückkommt. Genau, geht da mal erkunden, die restlichen Flecken. Ja, Meteoritensturm für Level 7 Magier bringt mir jetzt gerade durch. Ja, ich habe meine Fontäne verloren, meine Fountain verloren. Goblin-Überfall. Ja, jetzt bewachen die, beschützen die mal ihren Tempel. Ich werde hier auf jeden Fall meine Inn hinbauen. Ist immer noch blöd, dass ich nicht weiß, ob hier noch was ist. Jetzt sollte ich da doch mal noch eine Reward-Flag hinstellen. Hier hin. Und hier hin mal. So, Palast ausbauen. Wir haben die Magier-Gilde, das ist schon mal sehr gut. Und wir haben, oh, wir haben unsere Black Castles. Also ja, wenn wir einen Level 30 Magier haben, da sollte der auch Meteoritensturm lernen können. Sehr schön, jetzt haben wir auch die Krieger-Gilde. Das war ein Level 4er. Und das ist ein weiterer Außenposten. Sehr schön. Auch noch eine Library. Hm. So, die Dark Castles einreißen ist schon mal keine schlechte Idee. Der da wird jetzt ein bisschen Probleme haben. Ich rette ihn mal lieber. So. Er geht wieder hin und kämpft gegen das 4er, oder was? Und wir haben unseren Level 25er verloren. Aber so, wie es aussieht, haben wir bis jetzt ziemliche Ruhe. Vor dem Drachen. Jedenfalls bis wir die Sword-Zeit gefunden haben. Ja, einen Doris-Tempel hätte ich gerne. Da könnte ich Paladine oder einen Dings, einen Fervus-Tempel. In dem Namen der Sovereine. Gib mir Speed, Lunar. Dem gefällt wohl sein Meteoriten-Shaw. Kann er ihn überhaupt? Nö, bis jetzt nicht. Okay. Puschen wir auch mal diese Library. Das war wieder ein Warrior. Das ist nur ein einzelnes Haus. Ernsthaft? Majestät. Eine neu herausgefunden Ausflugung hat entschieden, um Ihr König zu sein. Vier Herr, unsere Forschung in der Library ist complete. Meine Kraft! Genau, bombardiert den da. Und levelt ab. Wir verstärken auch mal die Magier-Gilde. Windstorm. Auf jeden Fall hier noch ein Innenbauen. Und die kleinen Gebäude hier, die nehmen wir aus der Besteuerung mal raus. Ah, weißt du dir was? Wir stehen einfach mal alles zusammen. Vier Herr, unsere Forschung in der Library ist complete. Aber ja, so läuft das langsam ganz gut. Vier Herr, unsere Forschung in der Library ist complete. Hüten, äh, Guardhäuser zu bauen. Ja, sonst kann ich das Ganze nicht wirklich abdecken. Und hoffen einfach, dass sie mit der Zeit alles aufdecken. Und der hat's wieder mal nicht geschafft. Warum umkreisen die eigentlich Marktplätze? Ah, die patrouillieren einfach hin und her. Hm. Was macht die eigentlich verlangsamt? Wir haben eine Solary verloren. Hier sieht aber alles gut aus. Wie sieht's mit den Helden aus? Oh, geht so. Ich werde mal hier ein bisschen für Ruhe sorgen. Erstens das und zweitens werde ich hier und hier mal Flangen platzieren. Ich frage mich gerade, kann man das vielleicht in den Options irgendwo ausstellen? Game Info? Nein. Options, äh, Adjust Levels? Nein. Gut. Der Battle Mage geht ab, ey. Mit seinem Level 20. Und weg mit dem da. Goblin Camp? Hm. Das sollten wir auch auf jeden Fall loswerden. Bevor die Goblins uns wieder raiden wollen. Ja, Gang, die solltest du ein leichtes Spiel haben, weil die kann nicht gut dodgen. Also damit Fernkämpfer-Waffen auszuweichen. Ja, die kämpft gegen den Vag und läufelt dadurch auf. Das ist auch nicht schlecht. So, da kommen die Leute, die helfen wollen. Da ist die Magic Sword-Zeit. Hm, gut. Die Sword-Zeit haben wir schon mal gefunden. Da ist wieder ein Goblin-Angriff. Äh, das ist nicht so schön, wenn da Goblin-Angriff ist. Die raiden die Bibliothek hier. Das hätte ich früher machen sollen. Da hätte ich die Bibliothek retten können. Okay. Dann weitere Explorer-Flex. Aber ja, scheinbar haben wir wirklich nach dem zweiten Angriff Ruhr vor dem Drachen. Solange sie die Sword-Zeit nicht angreifen, ist alles in Ordnung. Weil sobald ich das Schwert habe, kommt der Drache wieder. Mit Drachen. Und deswegen muss ich vorher erst die Zwerge finden. Der Drachen von der Sun-Gadess.